Die Herde aus Dünn heißt die zweite von sechs Missionen in der Samurai Kampagne von For Honor und starte ich noch mal ganz kurz die Geschichte. Er machte den ersten Zug. Jede Armee braucht Krieger, deren Spezialität der Sieg ist. Kensei, Schwertheilige, die Beschützer unseres Volkes. Jeder große Herrscher seit dem Untergang wurde als Schwertheiliger ausgebildet. Jeder Einzelne. Und wir waren eindrucksvoll. Unsere Rüstung ist die stärkste unseres Volkes. So wie unser Wille auch. So, gleich eine neue Klasse. Aber mein Gott, warum nicht? Schauen wir mal, was die kann. Man müsste wahrscheinlich die eigentlich ein bisschen im KI-Kampf trainieren. Es gibt ja diese One-on-One-Duelle, wo man dann zumindest schon mal die ganzen Kombos ein bisschen angucken kann und ein bisschen rausfinden kann, okay, wie spielt sich diese Klasse eigentlich? Dafür ist die Kampagne gar nicht so wahnsinnig gut geeignet, wenn man nicht die ganze Zeit irgendwie Pause machen will und erstmal die ganzen Kombos durchgucken will. Ich war die letzte Daimyo, die in Müre freigelassen wurde. Fröhliche Jagd. Fröhliche Jagd? Apollion dachte, wir würden uns bekämpfen, um die Macht des Kaisers an uns zu reißen. Sie hatte recht. Jeder Daimyo, der ihre Prüfung bestand, war ein Kriegsverbrecher. Wir würden unser Volk zerreißen. Oder ich würde dem ein Ende setzen, bevor es überhaupt beginnen konnte. Feindliche Truppen, da drüben! Vorsicht! Sie hatte recht. Die sind jetzt wieder so wahnsinnig schnell zu sehen. Standfestigkeit, du bist kurzzeitig immun gegen irgendwas. Schön, dass man hier nochmal herkommt. Was hat denn der da ausgelöst? Okay, unterbrochen. Na, komm. Wow! Dann halt so. Ach, schade. So, hallo! Ich habe genau in dem Moment... Naja. Vielleicht auch nicht. Das Gute ist, ich kann seinen... Ah, das war nicht gut. Ich kann seinen schweren Angriff halbwegs blocken. Indem ich einfach einen schnellen Schlag mache. Funktioniert. Wie hat es denn das geblockt? Oh nein, nach unten. Ah, da ist er schneller. Hat sie standardmäßig diesen Flammenangriff? Oder war ich... Hatte ich gerade noch meine unblockbare Fähigkeit aktiv? Ich glaube, die waren noch tief, oder? Die ging aber lang diesmal. Oh. Nein. Nein. Oh, gut angedeutet. Hallo. Nicht schlecht. Darf ich auch mal? Verräterin, ihr wurdet verbannt. Zack. Dankeschön. Nehme ich mit. Was für ein lauschiges Fleckchen hier. Und wir dürfen hier nur wieder kämpfen. Also, gesundheitstechnisch sind wir ganz okay. Lassen wir mal den einen oder anderen noch zuschlagen, bevor wir das wieder verbrauchen. Aber man kann gar nicht so zwischendurch. Alles voll mit Bambus-Gewächsen. Da fällt mir ein, wenn ich hier so den Level sehe, Shadow Warrior 2, haben wir auch noch offen. Sehr schön. Das war immer ein Gefuckt, das überhaupt zusammen zum Laufen zu bringen. Mein Gott. Nein, 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 nein. Das ist lustig. Das geht irgendwie besser ohne Aufschaltung. Zumindest bei den leichten Gegnern. Ah, okay, das ist ein Schildbrecher. Aber ein einmal verwendbarer. Nope. Wer sagt denn da immer Feuer? Geht's hier auf den Hafen zu? Da vorne sieht's aus, als würde da ein Hafen kommen. Hier ist ein Pfeilhaken. Ich werde euch finden. Was ist das? Mal gucken, gibt's hier nicht irgendwas zum angucken? Mal Platz zum Scannen. Au, au, au. Ah, da hinten ist einer. Da drüben bewegt sich irgendwo. Du bleibst hier. Es muss doch irgendwas zum angucken geben. Nix. Sehr schön. So, Ausweichangriff. Weiche meinen Angriff aus und lasse einen eigenen leichten Angriff folgen. Oh, oh, oh. Ich glaub, ich nehm mal kurz meine Brecherfähigkeit. Solange ich sie habe. Komm her. Das hält aber echt lang. Hm, erstaunlich. Tatsächlich ist es ein kleiner Hafen. Hat ein bisschen was von Waterworld. Oh, oh, oh. Schöner Fernangriff, den ihr da habt. Holde Maid. Darf ich auch mal? Danke. Komm her. Die ist auch echt schnell mit ihren, wow, mit ihren Flottenangriffen. Das darf man gar nicht so unterschätzen. Mensch, jetzt muss doch hier irgendwas zum anschauen geben. Nö. Schaut, dass man sich nicht anschleichen kann. Geht doch. Wo versteckt ihr euch? Hier sind wir doch mit den Wikingern angekommen. Oder? Das ist doch dieselbe Map. Jetzt bin ich auf das... Hier an der Seite vorbei. Genau, hier an dieser kleinen Tempelanlage. Ja, klar, das ist die gleiche Map. War das vorhin bei dem... Oh, komm doch. Hallo, stehen bleiben. Der soll mal nicht abhauen. Nee, war das Dorf... Sind wir das durchs Dorf in der Wikingern-Kampagne auch durchgekämpft? Schon wieder eine Weile her, als wir das gespielt haben. Oh, ey, Leute. Ach, okay, jetzt kommt er, ja. Pass mal auf. Ihr spielt mit dem Leben eurer Soldaten, du Kusa. Ich wäre der bessere Herrscher, das wisst ihr. Okay, der Nächste. Oh, da hinten ist ein Pfeilhagel. Oder, nee, ist ein Brandpfeil, glaub ich, oder? So, naja, ist ein Brandpfeil. Komm schon. Ja, ein bisschen was hat's gebracht. Ja, dann machen wir das halt doch mit Aufschaltung. Nein, nein, nein. Komm schon. Oh, jetzt ziehen wir uns ein bisschen zurück. Nein. Oh, nee. Ach. Nee, das passt. Hallo, du stirbst jetzt erst mal. Wo kommt der her? Ich hatte es geschafft. Unser Kaiser ist tot. Die Schwarzenfelsenlegion steckt dahinter. Ach, Pollyon will doch nur, dass wir uns gegenseitig zerfleischen. Nicht mit mir! Wir werden in ein neues Zeitalter gedrängt. Wir werden in ein neues Zeitalter gedrängt. Oh, ja. Wir kennen das. Ich wollte gerade sagen, es muss doch jetzt langsam mal ein bisschen in Richtung Gegenangriff gehen. Immerhin gehen wir jetzt so ein bisschen aufs Finale zu. So, dann schauen wir mal, was sie noch zu sagen hat zur Einleitung für die nächste Mission. Ich bin gespannt, wie das alles nochmal irgendwie zusammenkommt. Ich habe damit gerechnet, dass der Bürgerkrieg der Samurai Jahre andauern würde, nicht Tage. Nichts kann Gegner verbünden wie ein gemeinsamer Feind. Die Wikinger hatten nicht die Zeit, Mühre mit ihrer Beute zu verlassen. Diese Orochi, Ayu und ihre neuen Verbündeten machten sich auf den Weg, sie aufzuhalten. Das erste Video war quasi die Vorstellung der ganzen Truppe. Und hier diese Schwertkünstlerin, das ist die Klasse gewesen. Also die erste Vorstellung am Anfang der Kampagne war für die komplette Fraktion. Na gut, dann geht es in der nächsten Folge weiter. Dann vielleicht mit einer neuen Klasse, weil das war jetzt dieselbe Figur. Schauen wir mal weiter. Bis dann! Schauen wir mal weiter.